hallo video in eigener sache und zwar habe ich den eindruck gewonnen dass am amtsgericht ulm und am oberlandesgericht stuttgart die familienrichter einer faschistoiden mutter gläubigkeit mutter hörigkeit und mutter verherrlichung hinterher hängen da hat sich nicht viel getan was denn so bei richtern unterbewusst alles arbeitet das ist erschreckend in unserem fall hat ja das amtsgericht ulm und dann auch das oberlandesgericht stuttgart entschieden ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit denen über das wechselmodell rede das wechselmodell ist ja die erziehung von kindern in gleichberechtigung und die gleichberechtigung steht im grundgesetz warum also das reden über die gleichberechtigte erziehung von kindern mit kindern die kinder schädigen soll erschließt sich bei bestem willen nicht da muss man wirklich etwas an den haaren herbeiziehen um dann wie das olke stuttgart zu beschließen dass ich deshalb unsere kinder nur zwei stunden alle zwei wochen sehen darf und die frage stellt sich natürlich wie kommen die am amtsgericht ulm und am oberlandesgericht stuttgart zu so einer entscheidung und da legen sich gründe wie von selbst die tradierten vorstellungen von familie auf die entlarven sich da am amtsgericht ulm und oberlandesgericht stuttgart wann hatten wir denn letzte das letzte mal in deutschland einen staat der ganz klar die kinder der mutter zugewiesen hat und zwar offiziell ideologisch verlautbart von den obersten machthaltern des staates genau das war während der nazi diktatur da gab es ganz klare aussagen was sind die aufgabe der mutter ist nämlich die erziehung der kinder die geburt der kinder und die aufgabe der männer war genau das schlachtfeld den lebensraum erweitern und schlachtfeld der mutter war sozusagen die familie die eigenen vier wände die küche der herd und die kinder und das olke stuttgart und das amtsgericht ulm hängen ganz offensichtlich noch dieser faschistischen sichtweise hinterher haben hier faschistoide vorstellungen vom rollenbild und ein vater wie ich der ganz klar für die gleichberechtigung der eltern einsteht dass seine kinder in gleichberechtigung erziehen will der die kinder auch aufklärt über die gleichberechtigung ihrer eltern der ihn ermöglichen will ihren wunsch zu leben nämlich gleichberechtigt von den eltern erzogen zu werden 50 50 im wechselmodell so ein vater wird in deutschland sanktioniert abgestraft und die kinder noch mit ihm so dass sie ihn nur noch zwei stunden alle zwei hohen sehen dürfen hier wird verfassungskonformes verhalten eines vaters sanktioniert aufgrund überkommener vorstellungen die an die faschistische diktatur vor 45 erinnern und nach meiner ansicht ganz klar hier den link zur nazi vorstellung dass kinder zum mutter gehören und die mutter über allem steht was die familie angeht so etwas muss sich ändern in deutschland und ich weiß von anderen vätern leider auch müttern zwar weniger als väter dass es denen genauso geht bei den müttern habe ich den eindruck wenn denen die kinder per gericht entzogen werden sind es meist mütter die das wechselmodell wollen also ihre angestammte faschistoide rolle nämlich dass sie primär sich um die kinder kümmern nicht wahrnehmen wollen sondern dem vater die gleichen rechte eingestehen wollen und da schnappen sich dann die väter die kinder weil die gerichte meist immer noch in dieser nazi denke verhaftet sind das sind die unterschwelligen unbewussten dynamiken an den familiengerichten zumindest habe ich so erlebt am amtsgericht ulm und ulge stuttgart und da muss ich doch schnell was ändern dass hier das grundgesetz einen familiengerichten gilt es wird allerdings schwer weil am familiengericht das sind ja nicht öffentliche sitzungen plus das kindeswohl ist frei interpretierbar das heißt absolute willkür schon allein dadurch wie so ein familiengericht tagt und nach welchen kriterien nämlich nach keinen weil das kindeswohl undefiniert ist ist ein fiasko hier muss der gesetzgeber unbedingt was machen die gesellschaft muss ja was machen diese nazi denke dass kinder zur mutter gehören muss in deutschland ein für allemal ein ende haben und die gleichberechtigung der eltern wie auch die erziehung von kindern in gleichberechtigung muss endlich sofort am besten in deutschland umgesetzt und gesichert werden das entspricht ja nicht nur dem grundgesetz nicht nur den menschenrechten nicht nur den kinderrechten sondern dem normalen menschenverstand und den haben anscheinend nach meinem erleben die familienrichter am amtsgericht ulm und am oberlandesgericht stuttgart auf keinen fall wenn ihr auf dem laufenden bleiben wollt was unsere freifam videos angeht dann abonniert unseren kanal und vergesst nicht auf die glocke zu klicken damit ihr auch wirklich über alle neuen videos informiert werdet